...ruhen Pferden anziehen. Die Unterkieferknochen eines Pferdes sind so dünn wie der kleine Finger eines Menschen. Die massiven Einwirkungen durch die Gebisse versuchen die Tiere abzumildern, indem sie ihre Unterkiefer rechts und links verschieben, mit der Zunge gegen das Gebiss drücken und das Maul aufsperren. Helfen tut ihnen das nicht. Gebäude, bis zum nächsten Mal auf... ...morgen. Untertitelung. BR 2018 Natürlicherweise setzen Pferde ihren Kot, genauso wie andere Haustiere auch, im Stehen ab. Dazu wölben sie den Rücken auf und heben den Schweif an. Wenn Pferde in der Bewegung, im Trab oder sogar im Galopp Kot absetzen, ist das fast immer ein Zeichen für starken Stress. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir kommen gerade von der Turnierleitung. Die hat uns zurück zum Abreiteplatz zum Chef-Stewart geschickt. Ich frage ihn. Hallo. Die Rollkurregeln gelten ja hier am Abreiteplatz, oder? Also zehn Minuten maximal. Und dann? Es gibt auch keine zehn Minuten. Ist das abgeschafft worden? Und was gilt jetzt? Einfach eine übermäßige Zustellung. Oder was weiß ich, was weiß ich. Aber das ist nicht so viel. Ich denke. Und könnte man davon ausgehen, wenn einer es deutlich bringen hat, zehn Minuten nach durchstellen, dass dann... Haben wir ja fein, ne? Hatten Sie heute fein, die ihr dabei? Ich. Also wir haben uns gerade... Ich bringe die Sonne. Ach. Sie wollen alle nahe geobachten. Weil sie dann weichen kann. Haha. Okay. Das ist ganz süß, dass Sie das sagen. Wenn wir Ihnen sagen, dass wir es über 18 Minuten gefilmt haben... Kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich es nicht beobachtet habe. Hat das denn eventuell noch jemand anders beobachtet? Kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben es dokumentiert. An wem könnten wir uns denn wenden? Wenden Sie doch an die Turnierleitung. Kann ich nur gerade Ihren Namen nochmal haben? Nö. Sie sagen mir doch Ihren Namen. Ich kriege den doch eh raus. Das ist mir egal. Ja, dann sagen Sie ihn mir doch. Nein, nein. Was soll das? Was soll das? Was soll das provozierende Verhalten? Hier gelten die FEI-Regeln. Wenn kein Amtstierarzt da ist, der irgendwie einschreiten würde... Ihr sind Tierärzte, die die Pferde kontrollieren, wenn sie rauskommen. Wenn hier jetzt irgendetwas auffällig wäre, dann kann es sein, dass Sie einschreiten. Okay, also Sie haben nichts gesehen? Nö. Und Sie sagen mir Ihren Namen nicht? Nö. Okay. Danke. Nö. 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 Schlaufzügel und Scheuklappen sind das perfekte Instrumentarium des Reiters zur totalen Kontrolle über sein Pferd. So vorwärtsgetrieben kann das Pferd seine Umgebung kaum mehr wahrnehmen und sieht das nächste Hindernis erst im letzten Moment auf sich zukommen. Die Verhinderung der Dehnung über und insbesondere nach dem Sprung in der Landung führen zu noch mehr Mikrotraumata als ohnehin schon. Die tonnenschwere Last, die durch ein Vorderbein aufgefangen wird, kann hier noch schlechter durch angepasste Körperbewegung abgefangen werden als mit dem Reitergewicht über die hohen Hindernisse, das ohnehin schon der Fall ist. Die Folgen sind noch früherer Verschleiß, letztlich werden die Pferde so früher zu Sport krüppeln. Über so viel Ignoranz und Egoismus schütteln nicht nur die Pferde hilflos mit dem Kopf. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020